Jetzt sind wir angekommen an der Sweetwater Creek Wassermühle. Und hier sind wir ganz runtergeklettert, die Treppe, und ich weiß gar nicht, warum Max schon wieder hoch möchte. Max! Hier ist die ganze Treppe. Jawoll! Gut machst du das! Hm? Woops! Wow! Hallo! Kannst du lächeln? Da ist gar kein Geländer, oder? Super! Gut hingesetzt hast du dich da. Yay! Oh! Über Stock und über Stein. Jawoll! 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 Gut machst du das! Bravo! Hallo! Wir sehen uns beim nächsten Mal.